Das Flüsschen Sélé fließt grusam am malerischen Dörfchen Marcellac vorbei. Wenige Meter unter der Oberfläche des Flusses liegt der Eingang der Emergence du Ressel. Es ist eines der bekanntesten Höhlensysteme der Welt, das trotzdem noch nicht bis in den letzten Winkel erforscht ist. Wir tauchen an aus der Decke gebrochenen Felsblöcken vorbei und an den Fließfacetten lässt sich auch heute noch die Richtung ablesen, in die das Wasser ursprünglich mal geflossen ist. Wir folgen dem Höhlenverlauf weiter in die Tiefe, bis auf 41 Meter, wo der Umkehrdruck erreicht ist. Wir befinden uns nun etwa 400 Meter weit im Inneren der Höhle. Das Flüsschen Svezel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020